Du warst da, wenn wir dich brauchten. Du warst da, wenn wir Angst hatten. Du warst da, wenn wir verstehen mussten. Du bist auch für deine neuen Kollegen da, welche so erfahren, wie du sein wollen. Welche so fürsorglich, wie du sein wollen. Welche so verständlich, wie du sein wollen. VideoLab ist hier, um zu helfen, um ihren neuen Kollegen bei der Entwicklung ihrer Softskills zu unterstützen. VideoLab ist eine sichere Multimedia-Sharing-Plattform, die speziell für die medizinische Ausbildung entwickelt wurde. Studenten können Videos hochladen, indem sie entweder ein festes Kamerasetup, zum Beispiel in einem Skills Lab oder einem Beratungsraum benutzen, von ihrem Gerät mit unserer hochsicheren Aufnahme-App oder indem sie auf andere Weise aufgenommene Videos hochladen. Die Aufnahmen werden mit ausgewählten Vorgesetzten oder Kollegen geteilt. Feedback wird gegeben und kann an bestimmte Zeitpunkte angehängt werden. Ihre strukturierten Bewertungsmethoden sind in den Ablauf integriert. VideoLab kann in ihre vorhandenen Lern- und Portfolio-Management-Systeme integriert werden. Das Herzstück des Systems ist Codifix digitaler Tresor, der Benutzerdaten jederzeit schützt. VideoLab ist in mehreren europäischen Ländern der Industriestandard und wächst mit der Modernisierung der medizinischen Ausbildung auf dem gesamten Kontinent rasant. VideoLab – Innovation in der Gesundheitsbildung Wir glauben an eine einfache und sichere, digitale Zukunft. VideoLab – Innovation in der Zukunft VideoLab – Innovation in der Zukunft VideoBug